Fußball berührt die Herzen. Du bist es, der dem Fußballleben einhaucht. Mit deinem Engagement auf und neben dem Platz bringst du Emotionen ins Spiel. Mitfiebern, bangen, jubeln. Mit dem Live-Ticker überträgst du die Emotionen vom Spielfeldrand auf Fußball.de. Auch wenn deine Freunde nicht am Platz stehen, verfolgen sie deinen Live-Ticker auf Fußball.de. So bringst du dein Amateurspiel ganz groß raus. Du stehst am Platz und kannst sofort lostickern, denn die Mannschaftsdaten erhältst du automatisch aus dem DFB-Netz Spielbericht. Das ist einzigartig. Tickern ist kinderleicht. Für Anfänger und Experten. Der Profi-Live-Ticker für Amateure. Innovativ, deutschlandweit und kostenlos. Mit der DFB-NET 1 zu 0 App.